Herzlich Willkommen zurück zu Warhammer 40k Space Marine Ian, das letzte Mal mussten wir mit ansehen, wie der Imperator vom Chaos benutzt wurde und haben dann noch mal gut auf die Fresse bekommen und jetzt werden wir mal den Orks den Arsch aufreißen und dem Chaos den Arsch aufreißen so wie es sich jetzt gehört für einen wackeren Space Marine Ist gerade hier ein bisschen blöd, weil da gerade eine Granate auf uns rauf fällt die ist an den Fußsoldaten, die können wir relativ schnell, die sind wie bei den kleinen Orks da, diese Kleen, die wischen, wenn ich meine, dann mit den Komplinen oder so weiter Ja, das ist ein Schönwinn Nicht unbedingt Scheiße Fängt ja schon mal gut an, nicht mal in ne Minute Sendezeit hier und schon ist der erste Fail und ich trete hier schon wieder auf mein Kabel rauf und irgendwie hängt das Kabel hier wieder alles schief So Nun machen wir mal hier Ich habe keine Zeit hier, keine Zeit für Ladebalken So So, dann haben wir unser erstes Mal Arsch aufreißen schon mal weg Das ist eigentlich schon mal ganz gut Kommt vielleicht, äh, vielleicht schaffen wir das jetzt nochmal hier Vielleicht sollten wir hier auch ein bisschen defensiver spielen So wie es aussieht Sollten wir das hier wohl machen lachen Oh hier volle Energie hier ich weiß wahrscheinlich da sind wir noch die Waffe zu decken aber ich hab keinen Bock ich find den Hammer so geil stirb doch einfach der ist Dingens ja aber jetzt nicht mehr ich schieße den Kopf weg und der lebt immer noch Drecksdämonen stirb Dämonen das ist mein Hammer oh ich hab mal Dämonen und Gulasch hab ich auch kein Problem mit und der Hauptsache überleben war schon... ahhh verdammt wieder die falsche Taste gedrückt irgendwie heute... ne ich wissen wir nicht ich hätt's heute sein lassen so im Mund scheitern komm her hier PAM voll ins ge... sicht... und das ein bisschen daneben gegriffen oder ich sag ja Warhammer und die Grafik Glitches eigentlich ist das ganz lustig ich weiß nicht ich kann über... kann bei dem Spiel nicht wirklich über die... ich kann nicht bei dem Spiel kann man eigentlich über die Grafik über die paar Glitches die ja so... über die paar Bugs kann man eigentlich hinwegsehen zumindest im Singleplayer also im Multiplayer hab ich da noch irgendwie feststellen müssen ich find das sogar... wie das läuft richtig top im Multiplayer ohne Problem ohne Lacks kann natürlich auch mal passieren wenn man da auf so'n scheiß Server ist und wirklich alle ne kack IP haben ne kack Verbindung haben meine Lords helfen sie uns dann wird's natürlich nervig Dämonen Dämonen wo kommt die alle her ich weiß ich will ja eigentlich erstmal weiter mich umgucken wir treffen uns sofort an ich bin jetzt eh da lang aber ich bin ja noch nicht lang hier spricht Leutnant Mira der ganze Planet ist durchgedreht die Streitkräfte des Chaos greifen diese Welt an wir müssen zum Titanen das Warportal zerstören ich kenne den Weg ich habe Truppen entsandt um die Posten zwischen der Kalkis Einrichtung und Bastion Primus zu bemannen von dort aus können sie das Schienennetzwerk zum Manufaktorum Ayakis nutzen verstanden dort treffen wir uns aber gibt's doch nicht wirklich was ne ich dachte da gibt's vielleicht noch ein Schädel ein Selbstschädel Hammer den Hammer von Hammer jetzt neu in ihrer Ausweitswarnabteil wo sind sie denn was darf ich denn töten da darf ich eine ganze Menge töten es ist ja wieder Orks am Start hier ist wieder alles da weiß man gar nicht wo man zuerst drücken schießen soll ja Space Marine ich bin hier oh was nun hier jetzt bist du nicht mehr da jetzt lebst du irgendwo an der nächsten Wand na jetzt weiß ich gar nicht auf wen der konzentriert wird du Sack alter Pee Ai jetzt komm put geht doch Sterbketscher genau wo muss es sein wo muss es sein da ist ja überall was hier ey aaaah bis ich gar nicht mit dem zuerst schießen sollst ja ja komm laber mich so Flatsch weg den hat es irgendwie ganz wuh nicht mein Kill ich hause alle kaputt hier so wo noch da noch da ist noch einer ja ja jetzt laden wir hier mein Hammer ist so stark der haut hier durch die Wand durch dann halt nicht dann machen wir es halt los oh ja pump nochmal schieß doch mal auf mich nochmal wer sagt das du sagst das mal auf dich schießen hab ich schon was los du bist ja von uns hallo mein Freund ich will doch noch die Action abgehen ich will aber erstmal hier oben lang gucken ich muss bestimmt auch lass mich doch mal durch hier ich muss doch noch irgendwo ein Servo Schädel geben das kann doch nicht sein ich nehme mich auch auf hier halt da 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 hier ist noch Action hier ist noch Action mhm oh da warst du weg hup 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 bist schon tot du Knallkopf schafft dieser Snipermodus ist auch gar nicht so schlecht wenn man nicht mittendrin nachlädt aber jetzt ist natürlich eigentlich sollte da nur eine Kugel reichen aber ne ich kann doch nicht zielen mehr hier ah es ist so peinlich ich krieg das nicht gebacken hier zu zielen mit einem automatischen Zielsystem das ist schon echt traurig ja das ist traurig sehr traurig erst mal ich gucke mal was hier so geht mohoin wo bist denn du ich bin der Klaus und du ach bei dem Spiel kann man ja nicht springen schwimmt ja nie krieg den von von da oben ja komm mal runter hier genau und tschüss stirb ketzer soo wo geht es sonst hier lang da hinten ach ja komm Zerschlag das Speckbrinz! Heizmaul! So habe ich... Habe ich nochmal auf dich geschossen. Jetzt bist du tot. Siehst du das alles nur weil du deine Klappe nicht halten konntest. Jetzt sind die Jungen... Ich sollte echt... Das ist langsam echt nervig hier. Ohne richtige Waffe... Ohne richtige Waffe... Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja ich muss hier weg. Ich sterbe gleich. Ich will nicht. Nein. Ich will nicht nochmal am Checkpoint anfangen. Ich will hier fertig werden. Aha! Warte doch mal. Ihhh! So... Die sind eh ja schon mal weg hier. Die sind so nervig. Die können zwar nicht viel aber mit ihren scheiß Raketenwerfern. So endlich. Da gehen die wie ganz schön auf die Eier hier. Muss ja nicht sein. Ach da ist... Ja... Dann kriegst du jetzt zwei Kugeln mehr. Aber es ist mir auch real. Und da geht's in den Nixen Fahrstuhl. Bapapapaa! Achso. Macht mal hin hier. Ich drücke schon mal auf den Knopf. Ja. Eine Ork-Invasion. Und jetzt auch noch die Chaos-Ketze. Ich bin überrascht, dass hier überhaupt noch etwas steht. Ich bin überhaupt überrascht, dass wir hier noch leben. Mit dem bisschen Lebensanergie hier. Nun fahr' ja mal runter hier. Eigentlich müssen wir so Fahrstuhlmusik da anmachen. Guck mal hier. Das ist die Welt zu Ende. Hallo. Aha. Siehst du keinen, ja. Weil ich zu breite Schultern hab. Zum Gruß, Ultramarines. Wie ist Ihre Lage, Leutnant? Erstaunlich gut. Wenn man bedenkt, dass wir von allen Seiten von feindlichen Horden umgeben sind. Wir gehen zurück zu den Horden. Zum Kommandoposten, Käpt'n. War noch schon wieder welche. Toll. Ja. Geh du mal nach Hause. Weißt du. Ich muss hier noch weitermachen, ey. Scheiß. Hast du ohne Urlaub hier? Kackt. Job hier. Hab damals bloß dabei gedacht. Werd Space Marine, hat Mama gesagt. Ja genau. Werd Ultramarine. Kriegst du die schönste Frau? Äh. Aber irgendwie. Dank. Geh zum Imperator, hat sie gesagt. Ja. Werd Ultramarine, hat sie gesagt. 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 Wißt du, von dem Scheiß hier, das hier dauernd beschossen wird, erzählt der natürlich Genhardt. Ah, nee. Ja. Nur Idioten. Entschuldigung, was ich dauernd beschossen bin. Werd Ultramarine, hat man kein Emission mehr hier. Wurhu, Plasmarmarmistole. Pam, pam, pam. Ich muss mich hier mit der Pistole zugewerden setzen. Warte, ich wollte natürlich das Spiel irgendwie mal so spielen, wie es auch effektiv ist. Und nicht hier nur mit Hammer rumlaufen, weil ich kümpte Brinkchen und andere nichts mehr. Okay, Lebensenergie mehr ey. Ich muss manchmal hier ein Bild halten. Ich bin wenigstens mit Lebensenergie zurück. Ich kann mich hier mal ein bisschen durchschnitten und komme mal ein bisschen schneller vorwärts hier. So, jetzt sind wir schon mal ein Stück weit nach vorne. Nicht hau lieber! Wie, du bist... Kannst du aber vergessen hier, dass du uns entwischst hier. Aber ihr seht, man kann auch nur mit Nahkampfwaffen spielen, also... ...macht keinen Unterschied so wirklich. Oh, hier haben wir ein Servo-Spiel, das ist immer schön. Ich mach mich mal mit hier. Ich will stark sein. Sagen, dass alles gut ist. Ist es aber nicht. Die Toten liegen überall. Wir verbrennen die stinkenden Leichen, wie es geht. Aber das Feuer zieht Orgs an. Wenn man über die Milliarden Toten hier nachdenkt, wird das verrückt. Wohin man auch geht. Man findet die Leute dieser Welt alle tot. Alle auf Hilfe wartend, die niemals kamen. Da willst du dir hier ein bisschen was anhören, wirst du? Ach nee, ein bisschen Story anhören. Ich habe Promotionen, ich will aber nicht. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ja, ich weiß, dass es nicht sinnvoll ist, aber ich mache es trotzdem. Bis jetzt hat es funktioniert. Aber es wird auch noch weiter funktionieren. Ich ziehe meinen Spielstil durch. Wie... ...sich gehört. So... Hier gibt es schon wieder ordentlich Action hier oben. Hallo! Mohoin! Hast du nicht mitgerechnet, hä? Lebst du noch? Ich... Arschen! Nein, 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 nein! Ich schieße nicht! Du mir nichts nicht, dann tue ich dir auch nichts! Ja, 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 ja! Leck mich, Arschen! Jaaasch, macht mal was da oben! Kann ich hier halt alleine machen. Scheiße. Du musst hier, du... Du musst hier aber ein bisschen was töten. Mit meinen Wildheiten-Modys... Mit meinen Rage-Modys angeht, dass wir uns aber nichts zeigen können hier. Jetzt aber... Die Feinde der Menschheit! Mohoin! Schönes Ding! Spürt meinen Zaun! 200 von 250! Hieß sich doch mal schon ganz gut! Ich geh hier lang! So doof da mit euch! Munition! Schön, dass du mal wieder auftaust! Danke! Je! Gibt's hier noch mal ein bisschen Granaten oder so? Ich kann ja nicht alt haben, ne? Merkt schon! EI EI EI! Wo kommst du denn her? Man schleicht sich nicht von hinten an! Ich hab dir doch grad gesagt... Achso, du hast grad meine Kugeln gekriegt, ich bekomm alles klar! Hat sich erledigt! Was ich sagen wollte! Leck mich doch, das ist ja hier! Da hinten ist der Fahrstuhl! Du musst natürlich erstmal gehen, bis du zum Fahrstuhl kommst! Tötet die Space Marine! Tolles Spiel für seine Entscheidung hier! Hier, das ist noch mal Granaten hier! Du sollst dich nicht anschleichen! Hast du mich verstanden? Lass es sein! Sein! Ah! Ruhe Puff! Kann ja nicht wahr sein hier! Ich überziehe schon wieder! Weil hier sind die Gegner dauernd kommen hier! Und die dauernd die scheiß Track-Pointe diesmal wirklich so blöd liegen! Das ist doch nicht mehr feierlich! Ich hoffe, der Part wird wenigstens los, ja! Erkennt man ja, dass es mal nischt wird hier! Jetzt komm doch mal her hier! Nein! Du stirbst sowieso! Hahahaha! Hab ich nicht! Und, 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 und! Sorry! Du musst jetzt erstmal den Opfer... Opfer-Doppletten machen hier! Ist er tot? Und sie aus! Kommt er schon wieder hier! Und wo kommt er schon wieder ein Hund? Ich will den Hund erwischen! Könnte der nämlich in die Luft fliegen! Halt ja! Unhöflich! Doch denn noch! Jetzt! Geh! Kaputt! So! Wieder noch ein Ork-Biss, na super! Ich höre schon wieder so'n hess... Blöde Hunde hier schon wieder irgendwo! Nein, 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 nein! Jetzt! Ist! Feierabend hier! Feierabend hier! Ja, ja, wabbeln mit! Sturb lieber! Die Zeit zum wabbeln hier! Ja, ja, so! Blöde! 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 Ork-Boss da oben! Dich krieg ich unabblatt hier! Geht doch! Hier ist ein Aufzug! Ach! Tatsache! Danke! Dass du mir jetzt sagst, dass da ein Aufzug ist! Super! Den hast du vorher nicht gesehen, oder was? Ah, fein! Seien Sie gegrüßt, Mira! Ich sagte jetzt nichts zu sagen! Ich dachte, ich finde einen Dämonen, der an ihren Knochen nagt! Der würde mich glatt ausspucken! Erstatten Sie Bericht, Jona! Die Grünhäute haben viel Druck gemacht! Sowohl hier unten, als auch an der Bastion! Bereit machen zum Rückzug zur Bastion! Das Chaos darf nicht direkt angegriffen werden, bevor ich Verstärkung nach hier unten geschafft habe! Ei, Leutnant! Aber langsam sollte doch mal hier echt mal so ein... Na ihr wisst schon kommen! Captain Titus, hier entlang! Wir sind jetzt auch schon wieder bei 20 Minuten hier! Wird ja immer schlimmer! Nee! Ist da noch was? Ne! Jetzt mach! Bitte! Hallo! Dann nicht! Dann ziehen wir die halt durch! Leutnant Mira, hier ist Bastion Primus! Schwere Angriff hier! Die Orks sind zurück! Und haben die Verteidigung ausgeschaltet! Die ganze? Generator zerstört! Wir konnten ihn nicht mehr verteidigen, ein Rückzug war nötig! Die Ultramarines und ich sind fast bei Ihnen! Mira Ende! So, der 0-194 noch! Mit meinen Psi-Kräften hatte ich Energie aus dem Warp geholt! Wenn ich sie erneut rufen könnte, steuern könnte, dann könnte ich damit das Imperium verteidigen! Also, machte ich noch eine Sternenreise durch den Warp! Ich wagte kaum zu hoffen! Schwächte meine Psi-Abwehr und forderte die Energie! Und sie kam! Ich fing den Funken in einem Behälter und staunte über sein Potenzial! Meine Arbeit konnte beginnen! Tja! Wie wir alle wissen, hat dir die Arbeit nicht wirklich gut getan! Hallo? Hallo? Irgendwie... Juhu! Also versteht mich jetzt nicht falsch, nicht Juhu das Video, aber sonst wird es einfach zu lang hier! Und das Video einfach zu groß! Und nur asynchron hier! Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne? Macht's gut! Ciao!